Franz, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Wir sehen uns ja oft, wenn ich zu unserem Familiengraab komme, du bist immer so nett. Jetzt bist du 42 Jahre lang im Dienste des Münchner Ostschildhofs. Wie ist das losgegangen? Ja, angegangen ist, weil ich Sturmnitz gelernt habe. Und da bin ich zum Ostschildhofs 1973 schon gekommen. Eigentlich bin ich in 49 Jahren im Friedhof. Und da kenne ich natürlich einen Haufen Leute. Und ich bin so gern da. Das ist für mich eine Berufung, der Ostschildhofs. Schön. Und ich meine, du hast natürlich auch viele Menschen, die ihr bestattet habt mit eurem Team, hast du natürlich auch persönlich noch gekannt. Ja, klar. Also so viel schon. Ich komme fast ein Drittel da am Friedhof. Und da freue ich mich immer wieder, wenn sie alle sagen, Herr Schmid und das. Der Schmid, der ist einfach bekannt da am Ostschildhofs. Und der FF Friedhof-Franze. Genau. Der Auto hat auch die Nummer FF. Ja, mein Auto hat auch FF Friedhof-Franze. Da haben viele Glachfrüderes drüber. Aber heute wissen sie halt alle, wenn ich komme oder wo ich stehe, der Friedhof-Franze halt. Der Friedhof, der Ostschildhof ist über 200 Jahre alt. Der ist einfach ein Stück München. Und einer der schönsten Friedhofe. Ja, es ist eigentlich der Zentralfriedhof, so wie man es so nennt. Aber damals haben sie halt gesagt, wir brauchen in jedem Stadtteil einen großen Friedhof. Darum haben wir sieben Großfriedhof. Aber der Ostschildhof ist halt der Ostschildhof. Und der ist einfach, die Bayern sind in der Nähe, die Sechziger sind in der Nähe. Ja, genau. Da ist alles da. Auf der einen Seite der Eisenbahn, auf der anderen Seite der Sechziger, weil die Sechziger-Mengen nicht bei den Bayern liegen. Das einzige Fehler war ich mit dem Brunnenmäher damals, weil ich jeden auf Sektion Sechziger da. Ja, genau. Aber der liegt ja auch hier. Ja, der liegt auch bei uns. Der Rudi, du bist ja auch Sechziger. Ich bin Sechziger und Bayern, das ist auch ein bisschen komisch. Aber ich freue mich halt, wenn es alle zwei bei Bayern gut in den Fußball spielt. Und immer in Giersing, da bist du ja der Sechziger, das ist doch ganz klar. Jetzt hast du natürlich auch deine Wohnung da. Du lebst seit, glaube ich, Mitte der Achtziger, ja, 86. Ja, seit 86 wohne ich da. Jetzt sagen natürlich viele Leute, mei, der ist der Friedrich Franzi. Jetzt kommt wieder ein Auto, den lassen wir jetzt mal vorbei. Genau. Passt schon, passt schon. Also, viele sagen natürlich, weil jetzt hat er den ganzen Tag zu tun mit Bestattungen. Aber es ist ja auch nicht das Wunder auch noch da. Aber es ist ja schön, am Friedhof zu leben, oder? Ja, das ist herrlich. Auch anders, wenn man mal rausgeht, anders an den Kontrollgang macht, wenn die Lüchter brennen oder im Winter der Schnee und die Christbaren brennen. Also der Ostwürste hat was in sich, gell. Und ist ja ein super Friedhof. Ja, jetzt sag einmal ein bisschen was über die Arbeit. Was ist denn so in den 42 Jahren? Da hat sich ja sicherlich auch vieles verändert. Hast du übrigens einen Laptop auch schon? Du hast da schon elektronisch alles. Ja, schon haben wir auch. Aber wir schauen nicht oft an die Bücher noch, weil der Laptop fällt halt manchmal aus. Also wir haben noch uralte Bücher. Ja, einfach mit der Hand auch viel geschrieben, oder? Ja, genau. Die alten Schriften sind noch drin, wunderschön geschrieben. Da kann man noch alles lesen, gell. Das sind noch uralte Bücher. Jetzt, ich persönlich, ich liebe den Friedhof. Also meine Familie liegt ja da. Und irgendwie, wie zieht es da immer hin? Warum ist das so? Ja, das ist so. Der hat eine Anziehungskraft, der Friedhof. Viele Leute sagen das. Dass der Ostwürste einfach, auch wenn sie mal ein Jahr nicht da sind oder so, gehen sie da her und gehen sie durch. Oder die Ärzte links rum. Im Ostwürste gehe ich gerne spazieren, weil das einfach so schön ist da am Friedhof. Und Eichkatzel sind da, Natur ist da, Fege. Wir haben alle Fücher, vom Fuchs bis zum Eichkatzel. Wir haben alle da. Zwei Spechtern da, die kommen zu mir vom Senste hin und holen den Vogelfutter. Also, das ist wunderschön. Jetzt hast du ja so viele Menschen in der ersten Zeit erlebt, wenn jemand Liebe gewordener gestorben ist. Du bist ja auch so jemand, der das versteht, weil du das auch mitfühlst. Du fühlst das ja. Wenn jemand stirbt, da kannst du ja nichts mehr machen. Man hat sich nicht mehr ausgerät, manche reden sich nicht mehr aus. Da stehen ja auch manchmal Leute vorm Grab und reden noch mit den Verstorbenen. Das ist der erste Blick, wo ich Kontakt habe zu den Angehörigen. Da weiß ich schon, wie es ist. Das liegt so drin. Gerade als ein Eichkatzel. Da weiß man schon, was die Leute sagen, was die Leute denken. Und wie traurig, da sind wir. Jeder ist traurig. Das ist ein Glauben, wer stirbt. Aber es gibt halt auch da, wo es eine Lösung war. Aber du hast ja auch so viele Dinge erlebt jetzt in 42 Jahren Dienstzeit. Du hast ja auch mal wahrscheinlich lustige Beerdigungen erlebt, oder? Wo auch jemand mal irgendwie was Netze erzählt, da beim Leichenschmaus oder nebenbei. Da sind ja viele Verwandte da, aber immer die Hintersten, die da am Hintersten gehen, die ratschen halt noch mal, das war ja schon ein netter Mensch. Das gehört ja auch dazu. Ja, das gehört auch dazu. Es gibt da eine, wo die Leute drei, vier Gräber am Friedhof haben. Und von lauter Aufregung geben sie das falsche Grab an. Jetzt gehen die Leute ans falsche Grab hin, weil der hat von der Schwiegermutter das Grab angegeben. Und nicht von seinem Vaters Grab. Es kommt alles vor. Und dann hat einer mal gesagt, so, jetzt geh ich am Nöckerberg und trinken wir mal. Weil die hab ich vorher nicht trinken dürfen. Das sind alles so Sachen, die man hinten hört. Aber da ist man zu abgeschalten, weil ich verstehe das alles. Weil der eine ist so, der andere ist so, ist ja gleich wie bei der Trauermusik. Der andere macht einen schönen Sound drin haben. Der andere, Ave Maria oder der Pfarrer sagt, ich geh da nicht in die Halle rein, wenn da keine Ave Maria gespielt wird oder kein katholisches Lierl. Aber du kennst auch die ganzen Pfarrer, gell? Die meisten. Besonders halt unseren Pfarrer Schießler, weil wir haben damals beim bayerischen Rundfunk einen Film dreht und da haben wir einen Pfarrer gebraucht, der ein bisschen lustig ist. Und dann haben wir, das war der Sprung. Wobei, das ist ja auch ein gescheiter Kerl, der Schießler. Der darf man nicht unterschätzen. Nein, nein, jeder Pfarrer ist gescheit. Darum haben sie ja so ein schweres Studium. Aber der Schießler, der ist halt einfach für die Leute da, der ist lustig manchmal. Aber wenn er seine Beerdigung macht, wenn einer in seine Kirche gekommen ist, dann dauert es auch zehn Minuten, Viertelstunde länger, gell? Weil wir haben ja Zeit, wir können ja nicht ewig. Aber bei einem Schießler, wenn er will, dann dauert das alles länger. Jetzt, jetzt, Franz, jetzt gibt's ja, also ich sag jetzt mal, es gibt einfach eine schöne Beerdigung, ist für mich eine Beerdigung, wo man wirklich wieder in die Erde kommt. Aber jetzt gibt's ja so viele neue Formen. Wie stehst du denn da dazu? Ja, das ist, also da bin ich voll bei den Angehörigen. Ich find, wie es eher will, so soll man es machen. Weil wir haben zu 80 Prozent normale Beerdigung, wo alles normal abläuft. Und manche haben halt komischen Sachen. Also jeder hat sein Ding, genauso ein Lügel, andere. Und ich sag, der Verstorbene hat's recht und die soll ja so machen, wie es ist. Aber viele, viele Menschen denken über den Tod überhaupt nicht drüber nach. Ja, das hat sich aber auch geändert. Hat sich geändert. Ja, weil jetzt denkt man schon noch, weil die Krankheiten und alles. Ja, ja, durch die Pandemie. Ja, Pandemie. Und man ist halt schlauer geworden. Darum sag ich, eine Vorsorge ist manchmal sehr wichtig. Weil dann spart man sich was, zahlt man jetzt den Preis, was in zehn Jahren ist und so. Und was man hat, haben wir. Also ich find das gar nicht so schlecht. Früher hat man auch geschimpft, wenn beim Grabster schon der Name drin gestanden ist. Das find ich halt alles viel besser. Ja. Ja, Franz, jetzt muss man schon mal ein bisschen sagen, wer da alles so liegt. Und das ist ja wirklich, das ist ja nicht jetzt ein Prominentenfriedhof, aber so richtige Münchner, die viel gemacht haben, die wirklich in die Geschichtsbücher der Stadt eingingen. Ja, wir haben viel, ob Prominent oder wo Geschichtsbilder, der Thomas Wimmer, der Kronenwetter, der Macherkabal. Geh mir mal vor. Ja, der Macherkabal war ein ganz toller Mensch, war auch Konsul. Ja, also das ist ja auch schön, wenn man immer, ich sag immer wieder, Liebe ist stärker als der Tod. Genau. Und da muss man auch irgendwie eine Stätte haben, wo man hingehen kann und kann sagen, Mensch, was war das für ein toller Mensch. Oder man betet mal. Ja, das gehört ja auch alles dazu. Das gehört alles dazu. Aber es gehört auch dazu, dass die Leute von irgendwoher kommen, an die Gräber dort stehen bleiben und sagen, ah, das ist der, was er mag. Oder der Toni Berger, der Schauspieler, oder wir haben ja so viel Professor Maurer, der Chef vom Rechtsriser, was der alles gemacht hat für Manchester United. Und wie viele Menschen, die auch am Leben gehalten hat. Ja, Wahnsinn. Und jetzt da hier, ist ja ein wunderschönes Grab, aber Zeit heilt, das stimmt natürlich. Ist ein wunderbarer, schöner Spruch. Ja gut, Zeit heilt, ich denk heilt noch immer an meine Großmutter, meine Großhalle. Ich kann das nicht vergessen. Und deine Verwandtschaft, wo liegt die, wenn ich frage? Die liegt auch, musst du sagen. Ja, ja, mein Vater, mein Opa, mein Schwager. Wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht, also wenn du mal von deiner Arbeit redest, also du hast ja alles erlebt. Das ist ja, das ist ja im Grunde dein Arbeitsfeld. Genau. Oder der Friedhof. Wie wichtig ist denn das, dass man auch ein Grab nicht verwahrlosen muss? Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben ja früher kein Grab im Vorkauf gehabt, sondern da haben wir ja sterben müssen, dann hat er ein Grab gekriegt. Heute bleiben die Gräber offen, weil die Leute aufs Land ziehen. Mutter holen sie raus, irgendwann auf Taufkür, Erding und dann geht halt das nicht mehr so. Das verstehe ich natürlich auch. Aber es ist halt schade. Zum Beispiel in Taglfing, da ist jedes Grab gepflegt. In manchen Friedhof, da ist jedes Grab gepflegt. Ich mache ihn überall, bloß bei uns. Schade, da machen wir es ja aus, weil die einfach nicht mehr herkommen. Jetzt erzähl ich dir immer eine Geschichte, weil ich bin ja in Ramersdorf aufgewachsen und bin mit meiner Mutter immer wieder in Friedhof gegangen. Da haben wir einfach die toten Menschen angeschaut. Das ist, das kann man nicht sagen, das war natürlich nicht schön, aber meine Mutter hat es da immer hingezogen. Die haben früher zu viel gesagt, dass das so war. Ich habe es auch gesehen, aber da habe ich Angst gehabt, weil ich gekommen bin. Nein, ich nicht. Und jetzt, als meine Großmutter gestorben ist, hat die eine Urne im Grab gewünscht am Ostfriedhof. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, als meine Mutter gestorben ist, als mein Vater gestorben ist, habe ich gemerkt, Mensch, die könnte ich doch zusammenbringen. Und da haben wir uns ja auch schon mal zuerst überkennen gelernt. Und dann rede ich mit meiner Frau, meine Frau ist eine Schweizerin, dann sage ich, du, wo möchtest du mal beerdigt werden? Und dann sage ich, du bist eine Schweizerin. Dann fangt das war noch an. Fangt das war noch an. Sagt, ja, willst du mich nicht, willst du mich nicht in deinem eigenen Grab haben? Dann sage ich, wir haben ja gar kein Grab. Dann bin ich über den Friedhof gegangen und sehe da vorne das Grab von uns. Da können wir jetzt vielleicht, da können wir jetzt mal hingehen, dass die vielleicht unsere Zuschauer das auch sehen. Und dann sehe ich das Grab, wo drauf steht, Friede. Dann denke ich mir, boah. Und dann haben wir das hingekriegt, dass wir quasi die Großmutter nochmal praktisch neu beerdigt haben mit der Urne. Damals ist das noch gar nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr. Ja, nein, eigentlich nicht mehr. Schwierig, ja, schwierig. Und dann haben wir das im Grunde hingekriegt und dann habe ich angerufen bei der Friedhofsverwaltung und habe gesagt, Mensch, das war doch das Grab. Und dann hat er gesagt, ah, dann sehen Sie uns nicht mehr so. Ja, ja, wir nehmen Sie gern, Herr Lechert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich lebe nur, da müssen wir mal beim Preis verhandeln. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist so schön, weil man weiß im Grunde, wo man mal hinkommt, oder? Jetzt sehen Sie, Sie sagen es jetzt immer, ich freue mich auch, wenn ich an einem Samstag oder am Sonntag sehe, wenn Sie ans Grab kommen. Aber wir sind schon gleich du, gell? Ja. Und wenn du siehst, dann heißt du Erich und ich freue mich genauso. Ja, eben, genau. Jetzt gehen wir mal hinschnell. Genau, das machen wir. Ja, Franz, der Musstabik, das war ja wirklich jemand, den hat Sie, glaube ich, auch beerdigt. Hast du persönlich beerdigt? Nein, der wollte Sie von uns beerdigen lassen. War jeden Tag, bevor er sein Geschäft, dann hätten Sie ein Landstrafe, ein Textilgeschäft gehabt. Ist er jeden Tag gekommen, ist ans Grab gegangen und hat gesagt, das war aber vor 40 Jahren. Wenn ich mal stirb, ich soll ihn beerdigen. Aber das ist jetzt schade. Was passiert denn so, man muss ja auch mal überlegen, viele Menschen waren ja glücklich, wenn sie sagen, Mensch, wir brauchen auch mal irgendwie eine letzte Ruhestätte. Also, wir kaufen für uns jetzt ein Grab am Ostfeldtopf. Kann man das machen? Das kann man machen. Man kann im Vorkauf ein Grab kaufen oder was ganz gut ist, was ich auch ganz gut finde, wo schon ein Denkmal steht, wo die Leute die Gräber aufgegeben haben. Und das sind all die Denkmäler. Und die werden dann auch von der Stadt wieder vermietet. Und das bringt für die Leute was, weil die Denkmäler erhalten bleiben. Und auch für uns was, weil dann sehen wir wieder, hoppla, den Stor, den kenne ich schon 50 Jahre. Ja, du weißt ja auch, ob der Stor gut ist oder nicht. Genau, also ich freu mich ja immer, wenn die Leute, so wie du, weil du hast ja deinen auch von der Stadt gemietet. Jetzt kommen wir ja in der Nähe von unserem Familiengrab, und zwar daneben, das Grab ist das Grab da. Das meine ich. Da war ich mal als Familiengrab, also haben wir es gehabt, da war ich richtig stolz drauf. Aber mein Mensch, das ist schön. Und dann war da eine Frau, hat also rumgegattelt. Nein, da, Entschuldigung, da sind wir. Da sind wir. Die Frau Hoffmann. Und dann war ich da bei unserem Grab daneben. Dann sagt sie, schaut sie mich so an. Sagt sie, sagen Sie mal, sind Sie da schön vom Fernsehen? Dann sag ich, ja. Dann sagt sie, da liegen wir mal nebeneinander. Das war jetzt eine schöne Geschichte im Grunde. Ja, das ist halt das Giersinger-Payerische, da wo man sagt, da hört man oft, sprich, sage ich. Und wie gesagt, wir haben halt damals, weil meine Frau und ich, einfach die Stiftung, haben wir gesagt, mir machen da ein Herzchen. Und das ist auch so schön. Das ist ja wunderschön. Ja, und dann kommen die Leute und sagen, mei, ist das schön. Und kürzlich war ich mal da. Und dann war so eine Schulklasse mit so zwei kleinen Mädeln. Und da haben wir gesagt, mei, ist das schön. Und dann haben wir so die Geschichte erzählt, wie das entstanden ist. Und das ist ja auch so wunderschön, wenn, sagen wir mal, ein Grab, es spricht ja auch, erzählt ja Geschichten. Genau. Oder? Ja. Wir haben ja Gräber schon von 1900 da. Und was da alles passiert ist. Oder bei der Beerdigung, wenn du hörst, was die Leute alles gemacht haben, was die alles geschaffen haben, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und damit wird auch mancher Mensch unsterblich, wenn man mal die Geschichten erklärt. Weil das ist ja, das Leben ist ja auch eine Geschichte. Ja, eben. Eine Geschichte beginnt und die mal endet. Ja, genau. Aber wie ist denn das? Du hast jetzt tausende von Beerdungen gemacht, viele Menschen begleitet. Du bist ja wirklich ein wunderbarer, einfühlsamer Mensch. Da kommt halt immer der Gedanke, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie denkst denn du darüber? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, ja, aber ich kann nicht schwarz das. Ja, eben. Das ist ja das Geheimnis, gell? Ja, ja. Aber ich hoffe es halt deswegen, weil ich auch so viel gekannt habe. Und meine Großeltern und alles. Ich mei halt einfach, dann hat schon ein Vater gesagt, nein, wäre es ja noch viel schöner. Das will ich ja gar nicht. Ich will das haben, was früher es war. Also ich mag jetzt nicht von der alten Zeit reden, aber ich freue mich halt wieder, wenn ich meine Leute sehe. Und darum hast du auch alle zusammengeholt da. Ja, freilich. Und das ist halt das, das ist doch was Wunderschönes. Wenn man mal kurz redet, du wirst auch mal sagen, mei, meine Tante. Und ich meine, was auch schön ist, meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, wir stehen ja ja schon drauf. Weil ich einfach sage, da weiß ich mal genau, wo die Leute sagen, mei, ich hab den gekannt. Oder weil ich sage, mei, schau an, jetzt ist er gestorben. Also ich finde das schön, wenn man weiß, wo man mal wirklich landet. Nein, das ist halt was, was dazugehört zu unserer Kultur. Darum sage ich ja immer, ein schönes Grab, ein schönes Ding, zufrieden muss man sein. Und das ist wichtig. Absolut. Zufriedenheit ist ganz wichtig. Also jetzt gehen wir mal, weil das ist auch wichtig, wir sind ja beide Münchner, jetzt gehen wir mal zum Rudi Brunemeyer. Genau. Zum alten Sechziger. Genau. Das machen wir. Herr Franz, den Rudi Brunemeyer, das war ja schon mal in deiner Zeit, hast du den selber beerdigt? Nein, beerdigt hab ich ihn. Aber ich war nicht da beim Grabkaufen, sonst hätt ich ihn auf Sektion Sechziger dabei. Ein Sechziger gehört auf Sechziger. Und jetzt ist es auf Sektion wo? Sechziger ist A, Sechziger ist B. Aber schau mal, das ist doch, also ich hab ihn natürlich auch gekannt, das war ja schon ein Torjäger. Ja, der war, nein, ich meine nichts, war der Lewandowski damals. Ja, der war, ja, genau. Also ein wunderbarer, aber da waren ja alle Löwen gut. Da waren alle gut, da waren alle gut. Und da haben sie noch gekämpft, da waren sie noch Löwen. Ja, genau. Aber gehst du noch ab und zu, schaust du die Löwen? Ja, klar, also die Spiele schauen wir immer, aber im Fernsehen halt jetzt. Weil im Stadion, mein Bub mit dem Rollstuhl ist Sechziger nicht so gut. Ja, da ist die Allianzerinnen besser. Aber du, dein Bub ist fit, oder? Ja, der ist total fit. Das ist schön. Der wollte auch bei der Stadt hoch. Aber es hat noch gegangen. Ah, das ist schade. Ja. Das ist schade. Ist ja bei mir auch so. Ja. Ich werde auch bei der Stadt bleiben. Aber da raten wir gleich nochmal. Genau. Ein bisschen später. Aber jetzt gibt es ja auch noch den Sohn von der Sissi, oder? Ja, genau. Der liegt aber auch irgendwo in der Nähe da, gell? Mhm. Genau. Ja. Aber jetzt, sag einmal, jede Beerdigung ist ja irgendwie anders. Jede Beerdigung ist anders. Du kannst nicht sagen, wir machen das so oder so, sondern gibt es Wünsche von den Hinterbliebenen? Und das ist ja richtig so. Man soll so beerdigt werden, wie man wollen hat. Da muss ich auch mit dem Pfarrer oder dem Pfarrer. Jeder soll das haben und darum muss man sich darauf einstellen. In den ersten zwei, drei Minuten weiß ich schon, wie reagieren muss, wie die Leute sind. Weil manche sind halt total, da kommst du nicht hin zu ihnen und die mögen bloß beerdigen. Aber manche sind auch total erschöpft, wo du auch mal hingehen musst oder wo auch jemand einfach ohnmächtig wird. Weil einfach so das Herz so weh tut. Ja, haben wir auch. Seid ihr aber sofort da? Wir sind sofort da und wir fragen dann, ob ein Arzt da ist. Also wir haben auch ein Herz für das Herz. Ja, genau. Defi. Ja, Defi haben wir da. Also wir haben alles da. Da sind wir schon. Und jeder Aufseher macht einen Kurs, das Erste-Hilfe-Kurs. Und das ist auch wichtig, dass die Leute wissen, am Ostsee-Dorf sind sie ein guter Hinten. Du liebst den Ostsee, das merkt man. Das ist irgendwie dein Heimspiel. Ja, das ist schön. Der liegt mir am Herzen. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir, glaube ich, da. Ja, da in der Mitte der Schwarze. Sag mal ein bisschen was drüber, Franz. Ja, also das ist von der Sissi, der Sohn. Der hat dann einen Schauspieler geheirat vom Wallersee. Der ist daneben, genau. Der ist daneben. Und der Herzog Ludwig in Bayern. Und das pflegen Leute vom Friedhof. Ach so, gar nicht die andere? Nein, kein Gärtner und nichts, sondern Leute vom Friedhof. Die lassen das so. Ach, das ist schön. Die haben das immer herrichtet. Das ist schön. Weil er findet die auch schön. Und immer schön pflegt. Ja. Jetzt gibt's ja auch, sagen wir mal, nach 42 Jahren den Franz. Der hört ja nicht auf. Du machst ja weiter. Du hast ja so eine Erfahrung in der Trauerbegleitung. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Grab von der Familie Denk. Dann rutschen wir weiter. Genau, so machen wir's. Okay. Ja, wir wissen ja alle als Münchner, der Bordelkrammer steht für tot. Und Toni Berger war einer der besten Schauspieler für den Bordelkrammer. Nicht nur. Der hat das gut gespielt. Du hast den wahrscheinlich auch beerdigt, oder? Genau. Wie war die Beerdigung? Da waren viele Leute da. Der Oberbürgermeister, Schauspieler. Und wenn du dann mit den Schauspielern so ein bisschen redest, weil man steht ja dann an der Seite und so, dann merkt man erst, wie manche Schauspieler sind. Dass die total in Ordnung sind und nicht einfach, da machst du immer, ja, großer Schauspieler. Wie bei Patrick Lündner, der kommt fast jeden zweiten, dritten Tag ganz grob bis zu seiner Mutter. Und der redet jetzt mal, riecht einen schönen Gruß an meine Frau aus. Und da freust du dich halt auch. Der Friedhof ist ja auch so eine Kommunikationsplattform. Die Leute ratschen, die kennen dich alle. Und du bist einfach beliebt. Ja, ich auch. Aber ich mach halt das gern, weil ich bin ein Aufseher, da musst du ein bisschen um die Leute auch kommen. Und dass die Leute wissen, sie haben eine Ansprechperson. Weil unsere Verwalter, die haben einen Haufen Arbeit am Telefon rufen, jeden Tag auch an. Und wir aufsehen, sagen halt dann, da muss die Erde noch aufgeholt werden. Man muss ja für die Leute da sein. Ja, das ist schön. Und manchmal wollen die auch was loswerden. Oder erzählen die Geschichte, wie der Verstorbene war. Das sind ja alles Geschichten. Am Friedhof, jedes Grab steckt eine Geschichte dahinter. Bei jedem, bei jedem Verstorbene, manche Leute. Kurz vor der Beerdigung, jetzt sehen wir das, wie es im Krankenhaus war, was er noch gemacht hat. Und was sie noch machen wollten. Also das bleibt halt in Erinnerung. Und das finde ich aber auch schön, dass die Leute, die haben so viel zum Durbin, wie er stirbt. Und irgendwie mögen sie es halt erzählen. Einfach loswerden. Ja, genau. Und da bin halt ich auch dafür da. Das ist schön. Du bist ja irgendwie so, wie ein Psychologe. Du kannst ja die Leute auch irgendwie auffangen oder ihnen Kraft geben. Ja, genau. Und das ist ja total wichtig. Weil viele Leute sagen, ich war nie am Friedhof. Und jetzt kommen sie, wie gesagt, jeden Tag. Und dann sind sie froh, dass sie einen haben, dass sie eine Geschichte losbringen. Da im Altersheim drüben, die Alten, die kommen da rüber, die haben wir keinen. Und es ist traurig einfach. Da ist wieder Münner Graßstadt. Weil die Alten werden viel zu wenig. Jetzt ist es ja auch so, Franz. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie hat es ja zum Teil Beerdigungen gegeben mit drei, vier, fünf, sechs Leuten. Weil einfach das nicht mehr gegangen ist. Das ist ja schon auch schlimm. Das war ganz schlimm, oder? Das war ganz schlimm. Weil da denkt man ja selber mit, was der im Leben alles gemacht hat. Doktor oder Professor oder in Amerika. Und dann auf einmal kommen sechs Leute. Das ist Wahnsinn. Und auch für die Angehörigen, die da bleiben. Weil die sagen sich, mein Vater, da wären ja hunderte gekommen. Da ist auch dann kein richtiger Abschluss da. Weil man sagt, ich durfte früher gar nicht ins Krankenhaus gehen. Ich durfte nicht mehr. Also das ist ja auch verabschieden. Ja, das ist wirklich schlimm. Aber wie gesagt, viele machen dann nachher noch eine Trauerfeuer im Sommer wieder, dass sie wieder das alles auffangen. Weil du kannst doch nicht sagen, es waren sechs Leute da. Die anderen, die fragen nach, die sagen, was ist denn da? Wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht, wenn man irgendwie jemanden verliert, also jetzt einmal Mutter oder Vater, dass man praktisch nochmal den Verstorbenen sieht? Wie wichtig ist denn das? Ja, für die einen total wichtig, dass das letztlich ist. Und für mich jetzt weniger, weil ich immer so in Erinnerung war. Weil wenn ich dann oft ein Sieg, wie der Früher, da haben wir die Verstorbenen, hast du ja selber gesagt, da sind sie durchgegangen durch die Leichenschauhaus, da haben sie die Verstorbenen gesehen, die haben ausgeschaut, als wir 20 Jahre jünger. Aber heute durch die Medikamente können wir ja auch fast die Säge gar nicht mehr aufmachen, weil der Übergang zu groß ist. Die Medikamente, die machen wir viel kaputt. Und das ist besser so, man hat ihn so in Erinnerung, wie er war. Weil früher ist es bei meiner Oma, wie haben wir da was gemacht, die ist ja 60 und nicht 80. Aber trotzdem, manchmal ist es schon gut, wenn man vielleicht auch nochmal, also zum Beispiel in der Schweiz, von meiner Frau weiß ich das, dass man dann auch beim Toten nochmal bleibt, also auch so Totenwache macht. Ja, das ist schon auch was Gutes. Das ist ganz was Gutes. Aber wie gesagt, der, der, der das möchte oder wo das haben möchte, weil wir haben Verabschiedungsräume, da sind manchmal vier, fünf Stunden bleiben die dann, beim Sargdorten, gell. Und viele Bestatter haben auch Verabschiedungsräume, dass sie sich da einfach besser verabschieden. Und jetzt gerade bei der Pandemie ist das total wichtig. Für manche, für manche wieder. Jetzt bleiben wir nochmal beim Bordelkrammer. Du hast ja auch eine Gruppe, die heißt auch Bordelkrammer. Aber wie ist denn das entstanden? Ja, das ist entstanden, weil die allgemeine Verunsicherung singt das Liedl. Drei weiße Tauben. Und das haben wir am Friedhof angehocht und haben wir bei Mike Thiel angerufen. Beim Gang. Und haben dann gesagt, wir mögen das Liedl hören. Dann hat er gesagt, wo sitzt ihr? Ja, am Friedhof. Ja, dann könnt ihr es ja bei mir in der Morning Show singen. Und das heißt die Shitparade. Und wir waren da 43 Mal. Wir waren da immer am ersten Platz. Weil die Leute hat das gefallen. Und dann haben wir selber Liedl gemacht. Bum, bum, bum. Von Girls, Girls, Girls. Und da haben wir einen in Amerika, der lebt auf einer Insel in den Bahamas irgendwo, angerufen bei dem, ob man das überhaupt singen darf. Girls, Girls, Girls. Alles Bum, Bum, Bum. Dann hat er gesagt, was? Undertaker? Macht's, was wollt's. Und das haben wir dann gemacht. Das war ein Riesenerfolg in München. Und in Mallorca war das drittmais gespielte Lied auf Mallorca. Und da mit der allgemeinen Verunsicherung ist mit uns in den Schlachthof gekommen. Und hat da gesungen, weil die Radiosender gesagt haben, wenn ihr nicht kommt und mit denen was macht, weil wir haben ja kein Geld gekriegt, dann spielen wir eure Lülle nicht mehr. Und dann sind sie gekommen. Und es war auch ein Gaudi. Jetzt gehen wir mal vor zum Paldenk, zum Familiengrab. Und da ratschen wir weiter. Genau. Was ist da passiert? Maxi, war das ein Kind? Ja, das ist ein Kind. Und das ist verstorben oder gefunden worden in Maximilian Neon. Und die Polizisten haben nicht gewusst, Mutter, Vater, Nixen. Und haben es dann Maxi genannt. Und die werden es auch pflegen. Also das Kosten macht alles Polizei. Die Münchner Polizei? Die Münchner Polizei. Also ich bin schon stolz auf die. Ja, schön. Die Polizeisprecher haben das alles gemacht. Und wie alt war der Bub? Ja, vielleicht einen Tag. Einfach jemand hat den da hingekriegt. Genau, einfach. Aber da geht einem das Herz auf, oder? Ja, geht einem das Herz auf. Und die Polizisten haben sich da gekümmert, haben mir auch Maxi genannt. Also Wahnsinn. Und da gehe ich auch vorbei. Und auch mal im Vaterunserbett. Ja, genau. Das ist schön. Wir haben oft Gräber, wo gar keine Leute dabei sind. Kein Pfarrer und nix. Und am Bett steht selber im Vaterunser. Da sind bloß unsere Leute dabei. Macht's ja auch, oder? Ja, das machen wir auch. Ah, schön. Weil das schadet ja nicht. Nein, das schadet nicht. Ja, Franz, du bist beim Laiber-Regiment. Was hat jetzt das mit dem Grab zu tun? Ich bin Mitglied da dabei. Weil der Baron ist der Vorstand vom König Ludwig, seinem Laib-Regiment. Also der macht das alles. Und der hat da, seine Frau ist gestorben und hat dann den Grabster gekauft. Und da bin ich natürlich sehr stolz, weil schwarze Grabsterner sind nicht mehr so beliebt. Aber der ist halt was Wunderschönes. Und das passt total her. Bleiben auch viele Leute stehen und lesen das Baron von Wittgen. Und das ist wirklich ein schönes Denkmal. Und den hast du ja auch persönlich gekannt, oder? Den habe ich persönlich gekannt. Und da bin ich auch stolz, dass ich da in dem Laiber-Regiment bin. Weil das Laiber-Regiment von König Ludwig, das waren noch gute Soldaten. Die haben wir größer, haben wir groß sein müssen, eine bestimmte Größe. Und vor allem eine Vorabstraftzahl. Ah ja. Das ist wichtig. Genau. Wunderbar. Jetzt Peter Kreuter war natürlich ein ganz berühmter Komponist. Aber jetzt Hedwig Raub, das ist die Mama von Patrick Lindner. Von Patrick Lindner. Was hat das für eine Geschichte? Warum ist sie da jetzt mit dabei? Ja, die haben sie gekannt. Der Peter Kreuter und seine Frau haben an Patrick Lindner gekannt. Und sie lebt da in Amerika, die Kreuter-Witwe. Und hat da das Grab. Und hat gesagt, sie kommt ja von Amerika nicht so oft her, ob er das Grab übernimmt. Und jetzt ist er 2016 die Mutter gestorben von Patrick Lindner. Und der kommt mindestens, also mindestens zweimal in der Woche daher. Aber ist das schön. Und mit dem Radl, gell. Also nicht, dass er da umso unwirklich muss. Aber das ist ja auch ab und zu der Fall, dass jemand, wo man sagt, man hat sich so gern gemacht, dass jemand auch in ein Familiengrabe reinkommt, der ganz anders heißt, oder? Das gibt's auch. Ja, klar. Das kommt ja bei mir auch vor, dass sie sagen, ja, kann die da auch rein oder das. Wenn's geht, dann geht's. Das muss man natürlich beantragen auch. Das muss man alles beantragen. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass das schöne Grabe erhalten bleibt. Wunderschön. Aber es ist auch schön von Patrick Lindner, dass er die Mama nicht, dass er die im Herzen trägt. Ist ein totaler guter Mensch. Ja, wunderbar. Ja, Franz, 42 Jahre, jetzt irgendwie hast du's bald geschafft in der Zeit, aber du bleibst ja da. Du hast eine riesige Erfahrung. Jetzt hab ich so ein bisschen gehört, dass du irgendwie jetzt in der Trauerberatung weitermachst beim Sohnemann, oder? Ja, wenn's geht. Weil bei der Stadt geht das leider nicht, weil es kann 450 Euro Job geben. Aber das ist doch schade im Grunde. Ja, das ist wirklich schade. Und ich möchte das nicht aufgeben, weil ich ja so viele Leute da kenne und die Erfahrung. Und ich bin halt einfach für die Leute da. Und da möchte ich bei Karl Albert denken, wenn's geht, wenn er mich nimmt. Aber er hat schon gesagt, das ist kein Problem. Da war er ja ungeschickt, du hast ja riesige Erfahrung. Die Trauerberatung, wie wichtig ist die? Also, es ist ja erst einmal, wenn jemand gestorben ist, der ist weg. Also man kann, man hätte noch so viel sagen, da ist ja wichtig, dass man die Verbliebenen, dass man die auffangt. Genau, und das ist halt das, was wir machen müssen, die, die Erfahrung haben, mitdenken. Weil das musst du in den ersten Minuten wissen, der braucht so, der andere braucht so. Weil ohne jeden geht das nicht. Und da brauchst du gescheite Bestatter. Und das ist halt das Haus Denk, also Bestattung. Karl Albert Denk, das ist halt einer der Besten in München. Absolut, absolut. Und darum haben wir das ausgesucht. Jetzt, ich hab ja, ich kenn ja den Karl Albert auch. Der hat ja etwas ganz Neues gemacht. Der hat also gesagt, die Bestattungsautos, also den Leichenwagen, den machen wir weiß. Das ist ja schon eine gute neue Entwicklung. Ja, klar, aber es muss ja nicht mal schwarz sein. Weil es gibt ja Beerdigungen, die sagen, nur in weiß kommen, gell. Aber das Weiße ist halt für die neue Hoffnung und für das Ding. Man muss ja nicht immer, das Schwarze, muss nicht immer sagen, oh, jetzt kommt der Leichenwagen da unten. Weil ein weißer Hund da schaust halt und sagt, da wird, ja, es wird gestorben. Aber bei den Schwarzen sagst du, oh, da fallst du gleich in den Trauer. Jetzt ist es ja auch so, also ich bleib jetzt mal bei der Firma Denk, also beim Bestattungsunternehmen. Das ist ja auch ein unglaubliches, eine lange Tradition. Und es ging ja los, die Schreinerei uns kam. Die Schreinerei, Sarg, 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 Sarg. Ja, also die haben ja so eine riesige Erfahrung. Und das ist ja auch wichtig, wenn man einfach so den Verstorbenen dann bestatten muss. Das sind ja so viele Sachen, die man beachten muss. Und das hat ja der Herr Karl Denk, der Bestattermeister, hat das total gekämpft. Also ich hab halt noch Respekt. Schon allein, wenn er sein Auftritt, wenn er gekommen ist und hat sogar uns von der Stadt gesagt, geh, das müsst ihr so machen und so machen. Also das war ein richtiger, da hast du wirklich Respekt gehabt. Und die Leute, der hat die alle im Griff gehabt. Die haben das alles, also das ist eine der besten Bestattungen in der Menschheit. Und vor allen Dingen, der war auch so irgendwie so menschlich und wirklich, der hat ja ganz große Leute bestattet. Und das ist ja, ja, leider jetzt durch die Pandemie ist einfach so, die Beerdigungskultur ist ja in vielen Dingen einfach traurig im Grunde. Ja, klar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Denk war halt so, wie der Käfer in der Gastronomie ist und war er halt beim Bestatter, der war angesehen. Jeder ist zu ihm hingegangen. Und willst du nicht, bei uns, bei der Stadt natürlich auch, aber wir haben halt jeden bei uns bei den Beerdigungen, die wo kommen und wo sagen, sie mögen von der städtischen. Wir haben ja viel, wir haben ja über 70 Prozent in München gehabt, Bestattungen. Aber der Karl Denk war halt einfach ein Bestatter erster Klasse, geht ein Mercedes, kann man sagen. Absolut, absolut. Jetzt muss ich dich schon mal fragen, hast du mir über den Tod nachgedacht? Ja, schon öfters. Aber das Leben ist halt so schön. Ich will viel weiterleben und ich mag für meine Familie da sein, für meinen Sohn, für meine Frau, für meine Schwiegereltern. Dein Sohn sitzt ja im Rollstuhl. Genau, der sitzt im Rollstuhl, von der Geburt an. Aber er spielt Basketball, er ist total fit. Und das ist auch irgendwie, eure Familie, die Familie Schmidt, halt auch die Liebe zusammen. Genau. Das ist auch was wahnsinnig Wichtiges. Die Liebe und dann, dass man zufrieden ist mit dem Leben, mit dem, was man hat. Da kann man viel machen. Weil früher haben sie ja nichts gehabt, da hat keiner was gehabt. Aber heute sind wir zufrieden mit dem, was man hat. Und man sollte auch überlegen, dass eben jeder Mensch wird irgendwann einmal von dieser Erde gehen müssen. Und das heißt, man sollte sich auch ab und zu mal mit dem Tod befassen. Also man sollte nicht immer denken, geht so weiter. Und der Tod hat ja irgendwie, wie soll ich sagen, man weiß nicht, wann man stirbt. Aber wenn man sich mit dem befasst oder gerade, ich sage es wieder aus meiner eigenen Situation, wenn ich weiß, ich habe da ein Grab, ich weiß, da gehöre ich mal hin, das beruhigt. Das beruhigt. Und das, was bei dir am Grabstab ist, Friede, das soll sein auf der Welt. Weil dann hat man halt nicht immer, ich höre mir das und das und das. Friede ist total wichtig. Absolut wichtig. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, dass man eben einfach den Tod auch normal ansieht. Und viele Menschen haben ja im Grunde nicht Angst nur vor dem Tod, sondern vor dem Sterben. Und darum ist es auch wichtig, dass man auch versucht, immer wieder reiner zu werden. Dass man immer mal sagt, ich mache gewisse Dinge. Oder dass man dann mehr glaubt und so. Ja, oder dass man auch mal, ich komme ja auch aus ganz armen Verhältnissen. Aber ich habe mit meiner Frau durch harte Arbeit viel erreicht. Aber dass man auch was zurückgibt. Dass man auch mal loslässt. Ja, das macht es ja mit einer herren Stiftung. Ja klar, alles. Und als letztes eben, da kann ich Tasten. Nein, erstens das und zweitens, man braucht ja nicht zehnmal irgendwo hinfliegen. Nein, nein, und gerade jetzt, das ist so schön. Und ich meine, ich muss noch mal sagen, Franz, du hast wirklich einen super Job. Schau, sie kommt ja wieder. Das Eichgatzl. Das verfolgt uns. Das verfolgt uns. Und die sind auch richtig zusammen. Die kommen ja her. Ja gut, die möchten noch. Ja klar. Aber nochmal, super und mach's so weiter. Vielen herzlichen Dank. Und wir bleiben in Kontakt. Hab mich frei, deri. Ich freu mich auch. Also liebe Zuschauer, das war's. Das war's mit dem Friedhof Franzi. Und ich denke, das war eine wunderschöne, aufrichtige Sendung. Herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder beim nächsten schönen Tag. Bis dahin. Noch eine schöne Zeit. Das war's mit dem Friedhof.